Hallo ihr Süßen, das ist ja schön, dass ihr alle hier ruse rumtun tut. Aber du, du und du, eure Visage gefällt mir von hier aus schon nicht. Muss ich ja erst mal sagen, ich meine, ihr sagt mir auch letzte Woche aufgefallen. Wo? Das weißt du ganz genau, Kollege. Und gerade du nach vorne, ne? Meine Kind, so geht das nicht mehr, ja? Also ich möchte jetzt, bitteschön, alle die zwischen 1,60m und 1,64m sind, die stellen sich hier vorne in eine Sonderschlange an, ja? Und da ist so ein Durchmessding, so zwei Bretter, rechts und links. Wenn er gerade durchlaufen kann, ist es okay, das passt schon. Alle, die da nicht durchpassen, die kommen bei Susi erst mal hier. Gesichtskontrolle, Freunde, ja? Kollege Schweinemorelli, ich will dich hier drin nicht sehen beim Onkel, da haben wir keinen Bock drauf, ja? Ich will nicht, dass wir hier rumtun. Ja? Das ist hier nämlich ein Privatclub, ein öffentlicher Privatclub, der total öffentlich ist. Nur halt so für Personen des öffentlichen Nahverkehrs erlauben wir uns hier auch zu sagen, du nicht mal, Freund, ne? Du weißt schon, warum, ne? Verstehst du? Bling, bling, bling. Also, hier nur noch mit Gesichtskontrolle. Ne? Wenn Fragen sind, ich komme und beruhige euch, Leute. Ist hier nur Raunkel für euch alle da? Ich hab was übergelassen.